Salve! Hallo! Mein Name ist Johanna. In diesem Video geht es um Pronominaladjektive. Ich werde zeigen, wie Pronominaladjektive gebildet werden und wie man sie dekliniert. Dann gibt es Beispiele, die die Anwendung der Adjektive zeigen. Dazu solltet ihr schon wissen, was ein Adjektiv ist, was ein Pronomen ist und ihr solltet die O- und A-Deklination gut können. Ich beginne mit Pronomina für Zweiheiten. Ein Beispiel. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com. Und unseren Isch was dir solltest du Gerstimmer bitten, 자는 Ich von der bei denen Probiere Siege ver silhouettecelle, das erledigty ist und sie jedes Jahr weitergeht unterscheiden. Wirren bleiben uns ja diesen Wochen wieder Frauen angekrim bitten. Vielen Dank.